Dann nehmen wir doch gleich alle Bedrohungen von Nord Lakeshore mit. Hier unten sind Drohnen die wir da holen müssen anscheinend. Komm land dem Vogel. Mikrofon steht irgendwo am Arsch der Welt. Bekanntheitsstufe 3, statt von sich mal die 2, Alter. Hallo. Keine Zeit für euch, ich ignorier euch. Noch eine. Wo gammelst du denn rum? Komm. Geil, die ganze Zeit schießen die auf mich, Alter. Und dann rennen sie weg. So weiter geht's, davon ist gleich die nächste. Hallo. Hey. Da müssen wir wo Boys wegplatzen. Das ist doch voll ungewohnt mit Viereck zu landen. Komm, Cowboy. Tanzt für mich. Hey, was nervst du hier drüben? Oh, der Aehm, Digga, der Aehm. So. So. Nächste. Einmal aus dem. Und los. Und los. Und los. So. Was machen wir jetzt hier? Wir müssen bestimmt wieder Observation finden, oder? Ne. 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 Da stehen ein paar Typen rum. Die Marshal Security. Kommt, leider C4, Alter, weil es schmeckt. Hey, ich hab doch C4 in der Hand. Oh, Digga, die kommen ja richtig mit, Boys. Wie viele sind das? Waffe leer. Scheiße. Ach ja, dass sie das mal so eine Leiche hier so eine Mine hinterlässt. Na, Gott. Heli ist noch ganz sauber. AR nachladen. Nächster Point. Achso, die Marshal Security, da gibt's wahrscheinlich den Van gar nicht. Also diese Observation. Brauchen die auch, ne? Weil dieser Marshal Security ist ja eher so vom Staat aus. Ja. 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 Doch, gibt's auch nen Van. Oha. Ist das gleich der... Ist das da unten? Ne, dort. Oha. 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 Und los. Auf zur letzten. Vorhabeneinkommen gestiegen. Na genau. Ich brauch Cash. Ich brauch noch ein oder zwei Vorhaben, dann hab ich alle Gebäude. Und was geht hier unten? Und was geht hier unten? Hä? Digga, warum nimmt er manchmal die Waffen, ne? Ja, schön geduckt. Oha oh oh! Cowboy. Öffentlichkeitsarbeit, Trophäe erhalten und wir haben fünf von fünf Noigleadeshore Bedrohungen abgeschlossen und das Gebiet gehört uns zu 100%. Sind wir am goldene Symbol. alles abgeschlossen dann war es das mit dem video vielleicht war es hilfreich vielleicht auch ne eigentlich alles selbstverständlich also bis später